Die Truppen Thiridates sind in meiner Hand, wir wollen Einhalt seiner Wut gebeten, sonst droht uns allen das Ende durch der Bötter Zorn. Könnt ich dir danken, Hitlerfelder, doch sprich, wo ist mein Sohn? Wo ist Zenobia? Zenobia ist der Bier des Siegers preisgegeben, wenn wir nicht handeln, und Radamisto, nun er ist im Kerker und soll sterben, doch Rettung wird auf ihm. Kommt, Freunde, das wird ihn befrein, des Aufstandslamme ist gespürt, und bald wird über Thiridates Haut sie grell zusammenschlagen.